Ich bin ein Schauspieler. Ja, genau. Und viele Fans vermutlich. Kannst du dich vor deinen ganzen Fans noch erwehren? Ich? Nein, das ist alles cool bei mir. Ich habe nicht viele Fans. Ja, ja, das sagt er so, ne? Ich habe große Fans, wie mein Bruder oder meine Mama. Das sind die wichtigsten. Aber die anderen sind natürlich auch toll. Ich freue mich ganz toll für dich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich auf den Film. Wann sehen wir ihn? Ab dem 6. September im Kino. 6. September sagt er. Vielen Dank und viel Glück heute. Dankeschön, bis dann. Hallo Aaron. Wie geht es dir heute? Freust du dich auf deine Familie? Also ich freue mich. Einerseits. Wir suchen die besten Agenten und Managerinnen für alle Akteure. Und er macht einen tollen Job. Und wir arbeiten zusammen. Wir gehen weiter. Wir rocken es. Wir lieben es. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier will die Alleinerziehende einen großen Hollywood-Film machen. Mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Sie hat ihn einmal getroffen, aber macht der Weltstar ernst? Wieso muss man immer daran glauben, dass man so hoch greift? Ich glaube, man sollte nicht drüber nachdenken und einfach versuchen, ganz oben anzusetzen. Wir sind sehr gespannt. Morgenstag und jetzt geht die Show weiter. Es geht weiter. Erstes. Oder letzte Rehearsal. Ich freue mich. Wir können heute viele fantastische Musiker aus Deutschland und Berlinâtzen. Rumpelsteil ist gut. Es ist eine Familie-orientierte Musik. Und wir haben Flaschläge, wenn es dark ist. Es ist eine fantastische Performance mit einer fantastischen Atmosphäre. Und ich bin froh. Danke, vielen Dank. Tell us your name again. Mein Name ist Laura Sanders. Und ich bin sehr froh für mein St. Luca Lombarder. Vielen Dank. Okay, all right. So, ich bin bereit zu gehen. Du kleiner Stinker, was machst du denn? Du kleiner Stinker, was machst du? Du kleiner Stinker, als habe ich deine St. Luca Lombarder. Vielen Dank.